Almodóvar del Río Almodóvar del Río ist eine Stadt in der andalusischen Provinz Cordoba. Sie gehört zum Landkreis Comarca, Vega del Guadalquivir. Hintergrund Die kleine Stadt Almodóvar del Río liegt ca. 22 km südwestlich von Cordoba ebenfalls am Guadalquivir. Aus Grabungen zufolge wurde sie bereits in der Steinzeit besiedelt, später stand hier ein römisches Opidum. Bis zur Reconquista stand sie unter maurischer Herrschaft. Aus dieser Zeit stammt auch der Name, Almodóvar bedeutet der Runde und ist eine Anspielung auf den markanten Hügel, auf dem auch die heutige Burganlage steht. Im belebten Ortszentrum gibt es eine mittelalterliche Altstadt zu sehen, die meisten Besucher meiden aber dessen Besuch und machen sich gleich auf den Weg zur alles überragenden Burganlage. Mit dem Flugzeug von Deutschland aus erreicht mit Provinz am besten über die internationalen Flughäfen von Malaga oder Sevilla. Innerspanische Flüge werden auch über den Flughafen Granada-Chain abgewickelt. Mit dem Bus die Linie M250 verbindet Almodóvar del Río bis zu zwölfmal, Wochenende dreimal, mit Cordoba und Posadas. Innerhalb des Orts verkehrt ein Minibus. Auf der Straße die Gutausgab-Auto A431 verbindet Cordoba über Almodóvar del Río nach Sevilla. Sehenswürdigkeiten Hauptsehenswürdigkeit ist natürlich die weithin sichtbare Burganlage. Sie sehr gut erhaltene und heute privat geführte Anlage wurde im 14. J.D. im gotischen Baustil errichtet. In den acht Türmen werden geschichtliche Zusammenhänge erläutert. Die Burg beherbergt auch ein Restaurant, das sich aktuell auch seinen mittelalterlichen Wurzeln durch entsprechende Angebote anzunähern sucht. Bemerkenswert natürlich auch die weite Aussicht. Abgesehen von der Burg gibt es noch zwei weitere, schön gelegene Aussichtspunkte, den Merador de las Paires und den Merador del Ribazo. Aktivitäten neben den in ganz Andalusien gepflegten Festlichkeiten, San Antonio, Karneval, Osterwoche etc., findet am Sonntag um den 13. Mai die Wallfahrt Romeria de la Fergende Fatima statt und in der 1. Oktoberwoche das Ortsfest, die Feria de la Fergende El Rosario. Alle mit Wassersport und Sportfischen verbundenen Aktivitäten lassen sich am wenige Kilometer nördlich Gehle gegen Stausee am Balse de la Brena durchführen. Küche Die örtlichen Restaurants und Bars werden auf der Website der Gemeinde aufgelistet. Als bestes Restaurant der Stadt gilt dabei Lata Berna. Unterkunft-Übernachtungsmöglichkeiten, darunter ein Campingplatz, werden auf der Website der Gemeinde aufgelistet. Darunter wird das Hostel San Luis von einigen Reiseführern empfohlen. Ausflüge von Almodovar del Rio aus lassen sich alle Sehenswürdigkeiten der Provinz Cordoba gut erreichen. Auch Sevilla und die östlichen Teile seiner Provinz sind nicht weit. Am nächsten Gelegen sind der Stausee Ambas de la Brena mit seinen Erholungsmöglichkeiten und der Naturpark Parque Natural Sierra de Ornacuelos.